Mit den Hard Hills abgehen die Dürren und der Klippen. Diese Aussicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht auch nicht besser aus als bei uns an der Höhenburg oder am eisernen Anton. Die Dürren und die Dürren und die Dürren. 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 Die Dürren. Die Dürren und die Dürren. 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 8 Meter. 8 Meter. 8 Meter. 8 Meter. Die Teuge liegt 300 Meter. Ach Carla, sei still, ey. Du weißt doch sowieso nicht, wo es lang geht. Du weißt doch sowieso nicht, wo es lang geht. Du weißt doch 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 nicht, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. Du weißt doch nicht, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht. So ihr Lieben, das war heute unsere Klippentour mit allem was geht, von S0 bis S3, laut Karte so ausgewiesen. War aber auch schon recht heftig, hat Spaß gemacht und wir hoffen, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020